So, wir können jetzt natürlich... So, das sieht schon mal gut aus. Jetzt fehlt hier noch mal irgendwas. Nein, irgendein... Ich weiß nicht... Wo werden denn die hingepackten Dinger, die ich verwendet schon habe? Damit ich weiß, wo die dann wieder landen. Du kannst ja nicht immer wissen, wo die landen. So. Gott sei Dank. So. Ist da ein Auge? Wo ist der Kopf? Watson, was ist falsch? Hast du gesehen? Wenn ich mich zwischen dem Hound und der monstres Tarantula, der hier gehalten hat, glaube ich, würde ich ein paar Minuten warten. Herr Henrich, ich bitte Sie, von Dr. Watson, seine Phobie für Spiders macht ihn absolut illogisch. Zwei Blumen fehlen. Okay, das haben wir auch. Schmetterlingsnetz. Ach du meine Güte. Termiten. Elefant. Okay. Kerze. Hier? Nein. Ähm... Ja. Kerze. Raupe. Alter, was? Hunde... Was? Hundepfotenabdruck? Hier. Elefant. Ja. Zange. Danke. Okay. So. Hier haben wir irgendwas. Hier haben wir irgendwas. Da hinten. Was ist denn das? Krass! Zange! Ähm. Da! Frostkarte! Da hinten ist der Elefant. Schlange... Wo ist denn hier die... Wo ist denn hier die... die Raupe? Da! Schaufel! Lineal! Da ist die Schaufel. Da ist das Lineal wieder reingedruckt. Die Schere ist da. So, die Kerze ist wo noch? Wo ist denn hier die Kerze? Was ist denn hier drinnen? was war hier noch irgendwas war ja wieder schild was ist denn da jetzt noch aufgesammelt irgendwas noch zum teil ein langes objekt da haben wir kein netz also diese sowas sind da haben haben sie vielleicht ein schmetterlings also wappen stück 3 5 und Lange sind dass sie da auszuholen in die Gegenwart gehen mehreren Nutzung was zu machen ja und hier auch die Frage ist jetzt nur was Schmetterling Schmetterlingsnetz Alter ich habe kein Netz Neventar ist nur Müll drin Schneid das doch auf Alter Tönt was nieder Schick mal Termin nur rein Ja ok Und jetzt oder wie oder So jetzt die Geschwindigkeit Schmetterlingsnetz Ja ist ok Ich nehme ich mit und die ich nehme ich mit So und jetzt haben wir das auch Szene abgeschlossen Sind wir hier auch fertig der Gegenwart Ach guck mal hier ist das schon alles weg Jetzt sind wir mit dem auch fast fertig hoffentlich Ich weiß auch gar nicht mal wie lange ich schon aufnehme Wollte nicht schon längste Pause mal machen wenn ich jetzt aber auf die Uhr schaue geht Oso So Drei Stück haben wir Schmetterlinge Da fehlen ja auch noch die Was? Hilfe Mach alle Schmetterlingspaare aufwendig um den einen einzigartigen zu finden Alter was? Alter was? So was könnt ihr machen wenn jemand kurz vorm Verrecken ist damit er irgendwie keine Ahnung einen Grund hat um sein Leben zu kämpfen So ja mit dem Okay das ist ja Okay Das geht ja Ich hab jetzt gedacht ich muss sie alle zusammenschieben irgendwie Die habt ja recht Manchmal echt Die? Nein Die hat so Außen Innenpunkte entlang Das geht ja Das geht ja Das geht ja Das ist das, das ist das und die können es nicht sein, dann der, das ist dann der einzigartige. Das sieht schön aus. Da ist das die Füße von der своей Räder und auch das mit der Füße von der Füße. Ja, ja. Schön. Noch ein paar Stück. Und hier drinnen, ganz ehrlich, müssen wir das, das müssen wir irgendwie aufbekommen. 5 5 stück sind auch so eine jemals schon abgeschlossen Wintergarten müssen wir hier gibt es noch irgendwas zu erledigen was lag da jetzt trockenen Äste haben wir jetzt bekommen aber hier gibt es jetzt auch nichts mehr hier ist jetzt auch Seen abgeschlossen wenn das kommt dann bin ich so zufrieden für die Küche haben wir jetzt oder wie das so was wollen wir kochen ist eine gute Frage haben wir hier was die Eingangshalle genau wir können jetzt ins Obergeschoss gehen also fast oder was oder was alter was wer denkt sich ja gut ich warte noch eine stunde bevor ich hoch gehe ich muss ja erstmal hier noch das schloss hier ne ne stunde ok ich hab einfach irgendwas man muss einfach irgendwas machen keine Ahnung in die ist die Tür offen gut wir sind oben ja ja was kann ich denn da machen versteht er hier das hat wie was gibt es ja weiß schalstür zwei objekte fehlen das wird es nicht sein und das andere auch nicht dass man das müssen wir suchen so haben wir hier oben noch was oben was frei und ein wappen haben wir auch gleich fertig hier sind wir fertig hier sind wir fertig bei der küche müssen wir rein noch look Henry a piece of heraldry someone has taken great pains to conceal it inside this wax mold indeed holmes now I understand your hesitation in reviving the fire if the logic seen so far is repeated we should expect this shield to release a new power of the medallion schenzen jenny abgeschlossen küche ist auch fertig und das nächste wappen ist auch da die schenzen Und das nächste ist vollständig. Was haben wir da? Ja, gut. Wir haben das Neue. Dies verleiht seinem Träger die Kraft, eine Abbildung zu materialisieren. Ja, gut. Probier mal aus. Well, hier ist eine Antwort auf unsere Frage. Die vierte Däule des Lockets ermöglicht uns eine Figurative Transformation. Henry, deine Ancestors waren voll von resources. Ich glaube nicht, dass sie diese Medallion der Medallion waren. Mein Vater hätte wissen können. In addition, wir haben keine Forschung auf dieses Thema gefunden. In meiner Meinung nach, sie nur für die missingen Teilen. Sie denken, dass, wenn sie die Medallion haben, sie von der Medallion verraten würden, sie würden sie von der Geist. Niemand hat es geschafft. Woher kommt der Medallion? Wir werden uns herausfinden, ich bin sicher. Hm. Und das ist Henry Schlüssel. Und der nächste Perron. Henry, du sagst uns, dass dein Junge hat diese Runde für dich vorbereitet. Er hat für deine Besitzung. Ich habe, in der Fall, zu kommen, zu sehen, aber wir haben nicht gekauft. Mein Geschäft in Kanada gibt mir wenig Zeit. Doe du wissen, wer in dieser Runde lebte, bevor Sir Charles es vorbereitet hat? Ich glaube, dass diese Runde für ein paar Zeit langsamerhandel war. Niemand hat hier lebte. Schachfiguren. Ach du Scheiße. Nein. Vier Stück. Hier unten noch eine. Zwei Stück sollten hier noch sein. Da ist einer drinnen in der Wand. Schachtfiguren haben wir gefunden. eine maske großer reichweite wir brauchen irgendwas noch ein wappen stück doch eine seltsame zeichnung spielen keine ahnung was ich hier machen muss bewege alle schlag figuren auf die markierte felder den markierten felder verwende die pfeile um die figuren zu bewegen die markierten felder hier eine schwarze rein oder wie ok Okay. Huh. Hmm. Hä? Was? Wie? Ich hab keine Ahnung, was ich wieder machen muss. So, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Und jetzt wandert der andere mit. Oder nicht? Ja, sowieso. Ach, noch eins. Ähm. Ich kann wieder nur da hinschieben. Wo komm ich da bei den BD? Ach du meine Güte. Da muss ich ja. Ich muss ja so. Äh. Kann man auch da nicht rüber. Äh. Ja. So. Runter kommen wir nicht. Hoch kommen wir auch nicht. Nur zur Seite. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Na? Ja. Denn eine kriege ich ja da auf die Plattform. Aber... Höher komm ich ja nicht. Geht ja nicht. Was soll das? Bin ich früher nicht irgendwie hochgekommen? Komm mir da gar nicht hoch. Wie soll das denn in den Stockwerk höher kommen, wenn das nicht geht? Hä? Ich meine, das ist jetzt eh das letzte, aber... Hä? Wie soll das denn? Okay.